Kannst du dich schon starten? Ja, ist gut. Mein Name ist Anna Gödrich, Spatz in der Pfade. Ich komme von Basel und wir kommen im Juli 2013 hier nach Knutwil auf einen Lagerplatz. Und zwar haben wir hier unser zweiwöchiges Kantonslager. Wir erwarten 1400 Kinder, die in ein Lager kommen. Und ich als Hauptlagerleiterin mit dem Covesto zusammen darf mit einer 14-köpfigen Lagerleitung das Lager organisieren und planen. Das machen wir jetzt schon seit drei Jahren. Und wir erleben viele Abenteuer mit diesen Kindern und viele Bauten, die wir machen dürfen, sprich ein Lagertor, eine Küche oder auch ein Aufenthaltszelt. Und die rund 1400 Kinder sind aufgeteilt in 50 Einheiten, wollen das Lager besuchen, das auch die Region rund um Knutwil und St. Erhard erkunden und sich dort auszuholen. Was vielleicht so Herausforderungen sind, die wir noch haben, ist so Strom, Bezug, Wasser, Abwasser. Aber auch dort sind wir in den letzten Zügen, weil es noch rund 80 Tage bis zum Lager geht. Ja, wir freuen uns alle Bürgerinnen und Bürger auch bei uns, den dürfen zu begrüssen. Und zwar am Sonntag, am 21. Juli. Dann ist der Besuchstag und der ist so ab den 11.00 bis um 5.00 direkt auf dem Lagerplatz. Und dann heisst man Sie herzlich willkommen in unserer Stadt Narrapolis. Sehr gut!